Musik Ja, servus Leute und herzlich willkommen wieder mal zu einem Vlog. Ja, an dieser Stelle erst einmal sorry, dass am letzten Freitag und am Dienstag keiner kam. Ich habe am Sonntagabend den Live-Spring gemacht, fast 3 Stunden 30, da habe ich unter anderem gesagt, warum. Ich hatte letzte Woche einfach weder Lust, noch Material, noch die Motivation ein Video zu machen. Ja, wirklich war einfach nicht. Es war nichts wirklich filmenswertes die letzte Woche passiert. Ich habe ein bisschen Winkeleisen zusammengeschnitten und ja, sonst ist da nichts weiter passiert. Am Wochenende hätte ich theoretisch wieder filmen können, da war es aber saumäßig warm. Zwischen im Regen. Wir hatten, ja, ca. 13 Liter Regen am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Zwischendurch war es immer recht heiß und ja, ich habe Freitag und Samstag Koppel abgeäppelt hier hinten und die Koppel abgeteilt vor die Pferde, damit die nicht mehr die komplette Fläche haben. Ja, hätte ich theoretisch filmen können, stimmt, wollte ich aber nicht. Es war einfach zu warm, jetzt die Brühe runtergelaufen. Da hatte ich auch einfach absolut keine Lust dazu, mich hinzustellen und dann ein großes Video zu machen. Und vor allem, das ist ja dann auch mit Arbeit verbunden, ich mache das Video. Und wenn es dann mal fertig aufgenommen ist, ich muss mich ja abends hinhocken, ich muss das Video auf dem Computer überspielen. Das geht relativ zügig immer. Dann muss ich das Video schneiden, ja, da rechne ich immer so ca. 1,5 bis 3 Stunden. Das kommt immer darauf an, wie umfangreich das Material ist, was ich zurechtschneiden muss. Und ja, dann muss das Ganze natürlich rendern. Das geht bei mir immer über Nacht. Zu früh musst du dann wieder bald raus, damit du das hochladen kannst auf YouTube. Das dauert ja dann auch immer nochmal eine knappe Stunde. Ist ein Haufen Arbeit damit verbunden und ich hatte einfach mal keine Lust. Sag ich, wie es ist. Nur an die, die es jetzt nicht wussten, die den Streamer nicht sehen haben, die das nicht mitgekriegt haben. Jetzt wisst ihr warum. Also wie gesagt, es war kein Material da. Und ich habe es dem Streamer gesagt, es wäre blödsinnig gewesen. Ein bisschen irgendein Scheiß aufzunehmen, der absolut gar nichts bringt. Plus, damit ich halt ein Video hochgeladen habe. Und bloß, dass ich sagen konnte, so, das ist jetzt Vlog Nummer 100. Und Nummer 100, das, wo mir dann ehrlich gesagt, da wäre es ein Blödsinn. Ich habe ursprünglich einmal gesagt, dass ich, wenn ich nichts habe, dass auch einmal nichts kommen kann. Ich mache jetzt seit über eineinhalb Jahre Videos. Und habe eigentlich immer geschaut, dass wirklich jede Woche zwei Stück kommen. Immer Dienstag, Freitag. Vor Anfang an habe ich das geguckt. Habe auch geschaut, wenn ich krank war, dass ich irgendwie Material zusammengekratzt habe. Und irgendwas gehabt habe. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal gedacht, nee. Weil irgendein Scheiß, irgendein Blödsinn, das macht keinen Sinn. Und, ja, bevor ich dann wirklich nur noch 1900 Aufrufe auf ein Video habe und mir dann gesagt habe, da hast du dich jetzt dann vielleicht insgesamt sechs Stunden dafür in Ordnung gestellt. Hast Video gemacht, geschnitten, gerendert, gemacht, bist zu mir aufgestanden und, und, und. Damit 1900 Leute das Video angeguckt haben. Da habe ich mir gedacht, das ist Blödsinn, das ist Quatsch. Dann macht es mir auch keinen Spaß. Und wenn es keinen Spaß macht, dann wird das Video scheiße. Da habe ich gedacht, machen wir nicht. Ja, auf jeden Fall. Die letzten Tage ist, wie gesagt, eh nicht viel passiert. Ich habe ein Winkeleisen für den Mischstreuer geschnitten. Die habe ich auch geholt gehabt. Da habe ich schon mal angefangen, ein wenig zu schneiden. Und ansonsten, ja, was ist noch passiert? Koppel, wie gesagt, abgeäppelt. Das war immer dringend notwendig. Am Freitag, dann, Freitag, Samstag, die Stelle alles sauber gemacht. Das war immer wieder notwendig. Und sonst ist wirklich nichts passiert. Und das wäre, zum Füllen wäre es Quatsch gewesen. Ja, jetzt stehe ich aktuell wieder im Pädestall hinten. Ich tue wieder ganz normal. Sauber machen hier. Die scheißen hier zu viel. Nein, deutlich. So schaut es nach einer Nacht aus. Schlimm. Na ja, machen wir gleich wieder sauber. Machen wir gleich wieder alles frisch. Damit es wieder sauber und frisch ist. Und ja, dann noch zu den Schweinen. Zum Leo. Zu den Hühnern. Und dann gucken wir mal weiter. Was so noch ein bisschen ansteht. Was unter anderem der ein oder andere schon auf Instagram und Facebook gesehen hat. Der Mähdrescher ist rausgefahren. Das habe ich nicht gefilmt vom Starten. Weil auch jemand geschrieben hat. Ja, das erste Starten, das ist nicht gefilmt worden. Ach, das ist ja schade. Und nach der langen Standzeit. So lange ist die Standzeit gar nicht. Der Mähdrescher war nämlich letzte Woche schon mal in Betrieb. Da haben wir ihn mal Probe laufen lassen. Hat alles funktioniert. Und der war ja letztes Jahr im Endeffekt auch in Betrieb. Den juckt es eigentlich herzlich wenig. Ob der jetzt ein Jahr gestanden hat, zwei Jahre gestanden hat, eine Woche gestanden hat. Das interessiert den Mähdrescher null. Da ist ein luftgekühlter Vierzylinder-Deutzmotor drin. Und der rennt eigentlich immer. Also da machen wir keine Gedanken. Auf jeden Fall, der ist hausen. Da sind momentan einige Riemen rausgebaut. Weil sie kaputt waren. Eingerissen teilweise. Haben ganze Strümmer vom Riemen schon gefehlt. Da war nur so ein dünnes Band drauf. Die müssen noch neu kommen. Geplant ist jetzt nach aktuellem Stand am Donnerstag höchstwahrscheinlich Dreschen. Wenn es klappt, schauen wir mal. Du bist frech. Du bist unheimlich frech. Doch. Knödel. Jogel. Schlitzohr. Ohrmaigel, ne? Bitte schön. Ein schöner Neufensächer. Mägi, komm da. Grüezi. Was ist? Hallo, Mägi. Hallo, Mägi. Hörst auf. Super. In deiner Henne. Ja, auf jeden Fall der Mäldrescher ist hausen. Und den werde ich euch dann mal zeigen. Ich werde wahrscheinlich die Gelegenheit auch gleich nutzen und werde schon mal mein 5000-Abonnenten-Spezial vorbereiten. Geplant war ja eigentlich, 5000-Abonnenten-Spezial genau zu der Zeit zu bringen, wo ich das Dreschen angesagt ist. Aber das wird wohl eher nichts. So viele Abonnenten haben wir noch nicht. Vorzeitig mache ich es dieses Mal definitiv nicht. Machen wir genau zu 5000-Abonnenten. Deswegen werde ich wahrscheinlich dieses Abospezial schon mal im Voraus aufnehmen. Ich habe auch geplant, den Mähdrescher mal richtig vorzustellen. Und das wird sich wohl am besten anbieten, wenn er hausen ist und nicht, wenn er gerade unten in der Scheune drin steht, wo man ganz schlecht und ganz beschissen hinkommt. Jo. Also wie ihr jetzt schon gehört habt hier, das Video, was jetzt kommt, wird wohl dann vor allen Dingen um den Mähdrescher gehen. Um das Dreschen, um das Weizendreschen, da wollen wir mal ein etwas längeres Video produzieren. Das kann deutlich länger werden, müssen wir mal gucken. Und da wünsche ich euch auf alle Fälle schon mal viel Spaß. Wie gesagt, was kommt, werdet ihr sehen. So, mittlerweile ist es abends um neun. Die Viecher habe ich komplett alle versagt. Die sind alle fertig. Pferde haben Wasser frisch gekriegt und komplett ausgemistet, sauber gemacht, frische Stroh und Heu. Die Schweine haben ein frisches Wasser gekriegt. Die Hühner haben ein frisches Wasser gekriegt. Der Leo hat natürlich ein frisches Wasser gekriegt. Und auch die Gänse haben heute ein frisches Wasser gekriegt. Normalerweise haben die den Weiher, aber auch die kriegen immer mal einen Eimer reingestellt. Freuen sie sich. So. Und ich habe ja gesagt, wenn ich fertig bin, sehen wir uns wahrscheinlich am Mähdrescher nochmal. Ich kann zwar nichts weiter dran machen, weil die Riemen sind bestellt, die kaputt sind. Aber ich kann sie zumindest einmal zeigen. Und ja, so ein Mähdrescher, das ist halt eine Maschine. Die nutzt du einmal im Jahr. Und dann steht die quasi das restliche Jahr rum. Die ist vielleicht im Jahr, ja gut, wenn du mehrere Einsätze hast für andere Landwirte, vielleicht drei, vier Tage im Einsatz. Vielleicht mal eine Woche, vielleicht mal zwei Wochen oder so. Aber bei uns auf dem Feld höchstwahrscheinlich einen Tag im Jahr im Einsatz. Und dann steht die 355 Tage, äh, 364 Tage rum. So rum. Ich glaube, es ist schon zu spät abends. Ja, dann steht die das restliche Jahr rum. Ich meine, gut, wenn du einmal was zum Lohndreschen hast oder so, dann läuft das Ding mehr, aber sonst nicht. Ja, was haben wir für einen Mähdrescher? Da steht er. Das ist ein Fahr M750. 770. So schaut das Ding aus. Das ist ohne Drescher. Da steht es ja nochmal dran. M750. Ja, warum sage ich dann M77? Der Mähdrescher ist ursprünglich gebaut worden und lief als Maisdrescher. Hat ja Maisgebiss vorne dran. Hat einen leistungsstärkeren Motor oder beziehungsweise einen aufgetretenen Motor mit ein bisschen mehr Bums drauf. Hat wie gesagt ein Maisgebiss gehabt. Hat deswegen mehr Kraft benötigt. Und ja, warum ist es jetzt da noch ein M77? Er ist ja zurückgebaut. Ganz einfach. 77. Der Schneitisch. Dieser Schneitisch gehört nicht an den M750. Der stammt von einem M77. Hat eine Breite, eine Arbeitsbreite von 2,85 Meter. Ja, eine Gesamtbreite, irgendwas um die 3 Meter. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, dass man gerade noch auf die Straße darf. Eigentlich 2,99 Meter. Ja, sowas in der Dreh. Ist auf alle Fälle zugelassen. Kann man fahren. Ja, das ist ohne Bock. Mit dem wird gearbeitet. Gestern waren wir dran. Haben wir das Gerät komplett abgeschmiert. Alle Schmierstellen, die dran sind. Zum Beispiel. Hier oben an der Förderschnecke. Fürs Abtankrohr. Ein bisschen Fett drauf. Sonst läuft die Arche ein. Ein bisschen Einlaufspuren hat sie natürlich. Ich meine, die ist nicht neu. Der Mähdrescher müsste sein Baujahr 75 oder irgend sowas in den Dreh. Der hat schon einiges gedroschen. Hat schon deutlich über 1000 Stunden runter. Wie viele genau, weiß keiner. Schwer zu sagen. Weil, tja, Stundenzähler kaputt. Auf jeden Fall, der hat Stunden runter. Der hat schon ordentlich was getan. War früher viel im Lohn unterwegs. Im Jahr 150 bis 270 Hektar. Je nachdem, wie es war. Keine Seltenheit. Heutzutage, wenn er noch macht. Dann sind es vielleicht im Jahr. Na gut. Sagen wir mal, wenn es richtig gute Jahre sind. 8 bis 10 Hektar, die wurde noch trischt. Ansonsten nur noch unersch. Das sind die 2,71. Und ab nächstem Jahr dann die 1,01. Die ich zusätzlich wieder habe. Ja, und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall. Dieses Ding haben wir gestern selber abgeschmiert. Da oben dran. Klappe auf. Hält nicht von alleine. Hier innen sind dann ein paar Schmierpunkte. Seht man ja da das Bildchen drauf. Die Fettkartusche. Ja, die Riemenmale kontrolliert. Diesel ist aufgefüllt worden. Übrigens ein 100 Liter Tank. Ja, machen wir mal hier die Klappe wieder zu. Kuchenblech. Schweres Kuchenblech. Dann geht es weiter. Die Hinterachse natürlich. 1, 2, 3 Schmiernüppel. Am Häcksler. Die 2 Häckslerlager sind gründlich fett abgefettet worden. Warum die Häckslerlager? Der Häcksler, wenn er in Betrieb ist, läuft sehr schnell. Läuft heiß. Da musst du höllisch aufpassen. Da besteht Brandgefahr. Die Lager, die waren mit Fett geflutet. Bis es wirklich links und rechts wieder rauskommt. Und ja, da sind 7 bis 8 Pumpe von der Fettpresse drin. Das schadet nicht. Immer gut. Ja, dann. Hier unten drin. Hier ist die Motorklappe offen. Das ist der Motorblock. Falls man denn überhaupt noch was erkennt. Wenn es nicht schon wieder zu dunkel ist. Ein F4L912 müsste das sein. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Auf alle Fälle ein Deutzmotor. Jawohl. Ein F4L912. Vierzylinder Deutzmotor. Luftgekühlt natürlich. Steckt hier drin. Das Aggregat. Ein bisschen umgebaut ist er. Ursprünglich hatte der Mähdrescher hier an dieser Stelle eine Gleichstromlichtmaschine sitzen. Der Vater hat ihn damals schon umgebaut auf Drehstrom. Und die Batterie vom Mähdrescher saß ursprünglich nicht hier oben. Sondern hier unten drin. Das ist aber so sauber umgebaut. Und den hat er damals nachlackiert. Weil immer beim Waschen platzt der Lack ab. Da ist keine Grundierung und nichts drauf auf diesem Drescher. Der Mähdrescher wird normalerweise nicht grundiert. Oder sind damals nicht grundiert worden. Ist einfach Lack aufs blanke Blech drauf gesprüht worden. Und da kann es dir natürlich passieren. Du wäschst den mit dem Hochdruckreiniger ab. Und dann üfft das Ding mal blank. Ja, auf jeden Fall hat er den damals dann auch nachlackiert gehabt. Und ja, der hat in dem Zuge die Batterie versetzt. Sitzt jetzt hier oben. Funktioniert ein bisschen besser zugänglich. Man kommt jetzt zum Beispiel da hinten an die Lager besser ran. Die in dem Eck sitzen. Und ja, schoten tut es auf jeden Fall nicht. Überall feste Lager drin. Hier kann man zum Beispiel gar nichts abschmieren. An die Erspannrollen, da kannst du nichts abschmieren. Aufpassen musst du bei den Variatorrollen. An die Variatorrollen habe ich gestern gelernt, nicht zu viel Fett noch. Weil ein bisschen zu viel und auf die Riemen drauf, dann steht das Ding, dann kommst du keinen Meter mehr. Lernt man alles dazu, ja. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Dann die Zahngrenze unten vom Antriebsrad links und rechts werden abgeschmiert. Hat man hier Fettnippel dran. Am Schneidwerk vorne sind Fettnippel verbaut. Zum Beispiel hier oben an der Haftel. Und unten her am Messer. Das ganze Hüben auch. Ja, was haben wir gesagt. Ich glaube, der hat gestern so, dann die 20 Schmiernippel sind es früher. Oder all der Bautzmähdrecher, den wir gehabt haben, der hat dann die 600 Schmiernippel gehabt. Macht einen Unterschied. Ja, ist auf alle Fälle so relativ komfortabel. Der hat wenig Schmiernippel. Hat aber den Nachteil, ist in Lager drin, die du nicht schmieren kannst. Und wenn du es dann nicht schmieren kannst, dann ging er dir natürlich irgendwann kaputt. Dann brauchst du neuer Lager. Beim Bautz konntest du wirklich jedes Einzelteil schmieren. Den, wo wir hatten, müsste eine T600S gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Der Vorderwist, auf jeden Fall, bei dem konntest du alles schmieren. Wirklich jedes Kleinteil. Ja, und dann ist natürlich auch nichts kaputt gegangen. Du hast halt immer die Gefahr, Lager tauschen. Das Kacke. Ist aber halt so. Ja. So schaut das Ding im Großen und Ganzen aus. Was natürlich noch ein bisschen geschmiert werden muss, sind die Ketten vom Antrieb hier unten. Hier zum Beispiel. Oder die Kette da innen. Hat übrigens die BG schon mal bemängelt, weil die Kette offen ist. Warum haben sie es bemängelt? Ja, da könnte jemand reingreifen und könnte reinfummeln und könnte nicht die Hand abtrennen oder den Arm abtrennen oder alles abtrennen. Könnte sich aufwickeln. Ganz ehrlich, der Metrische hat das nie gehabt, den Schutz da. Und wer so blöd ist im Betrieb, da unten rein zu krabbeln, dass er da reinlangt. Dem geht es nicht anisch. Wirklich wahr. Ist doch so. Also wer so blöd ist, Pech gehabt. Ja, können wir ja mal rauf auf den Fahrerstand. Steile Treppe bergauf. So, jetzt stehen wir oben. Ich bin so hoch, das Dach ist im Weg. Machen wir es halt so. Klappbar. Super, Sonnenschutz. Schwenkbar nach links und rechts. Wenn die Sonne quasi von hier kommt, kann sie so machen. Kommt sie von der anderen Richtung, kann sie so machen. Schöne wie Sonnenschirm. Hier oben drauf, brauchen wir mal eine Lichterlampe, sonst hängen wir gar nichts. Der Korntank. Hier innen drin. Auch da ist wieder ein Schmierpunkt. Du hast ja gesagt, denn wenn es da nicht ausschmierst, dann rappelt das hinter dir wie Sau. Die Wellen, die hörst du dann. Das ist eine Verteilschnecke. die das Getreide quasi vom Elevator da hinten hier rein verteilt. Und wenn der Korntank recht voll wird, dann bewegt die das Korn hier rüber und verteilt es gleichmäßig hier drin, dass es nicht einen riesen Berg auf der anderen Seite gibt, sondern der ganze Korntank ein bisschen schön verteilt ist. Jo. Jo. Was gibt es dann hier oben noch zu sagen? Äh. Fahrer Sitz. Bequem ist er ja, aber rutschig. Äh. Äh. Ich habe gestern so vorhin schon gesagt, irgendwie ist der rutschig. Das ist aber halt so. Aber er trischt ja eh die Meisterzeit im Stehen. Du konntest nicht dauernd im Sitzen dreschen. Funktioniert nicht. Sondern das Lenkrot wird vorgeklappt. Wo für Effekt und dann wird oft auch mal im Stehen hier getroschen. Da bist du im Staub nicht so ganz so ausgesetzt, als wenn es dir hier sitzt. Hier oben Drehzahlmesser für die Trommel, Drehzahlmesser für den Häcksler, dann für die Scheinwerfer, Warnblinker, Dachometer, ist zwar vom Vorrat, aber der ist ganz hilfreich, dass du dich beschnellst bist. Die verschiedenen Hebel für die Haspel vorne, der Hebel für den Variator für die Fahrgeschwindigkeit, Gashebel, keine Ahnung, da hat er gestern gesagt, was das ist, weiß ich schon wieder nicht mehr. Es schaut zwar aus wie Öldruck, aber es ist glaube ich kein Öldruck gewesen. Da hat er verschiedene Lämpchen drin, das haben wir gestern zusammengerichtet. Demetrische hat ein paar Magnetschalte drin, Tasteschalte, die darauf reagieren, wenn zum Beispiel die Überkehrklappe unten offen ist, vom Überkehrelevator, kann der passieren, wenn du recht feuchtes Getreide hast, dann staut sich das unten drin, und wenn es zu viel ist, um Verstopfungen zu vermeiden, geht die Klappe auf. Das verhindert quasi ein Heißlaufen und ein Blockieren. Dann geht die auf und wenn die auf ist und du würdest weiter dreschen, jetzt kann er tragen mehr, das fällt ja alles unten draus, geht beim Drescher eine Hupe an oder die Hupe an und zusätzlich zeigt er das hier oben dann auch an. Und zwar hier, Kontrolllampe Überkehr, wenn die Klappe vom Überkehrelevator offen ist, Temperatur, wenn der Motor zu heiß ist, Kallriemen, wenn Kallriemen reißen, Luftfilter, wenn der Luftfilter verstopft ist, Öldruck und Lima ist klar und Häcksler ist hinten noch einmal ein Sensor beziehungsweise ein Schalter drin, wenn hinten der Häcksler oben verstopft und nicht mehr weiter läuft, damit da auch nichts heiß läuft oder der Riemen dann zum Beispiel Feuer fangen könnte, stellen wir jetzt vor, kommt recht viel Getreide hinten, kommt ein Haufen Stroh, staut sich hinten auf, wo der Häcksler sitzt, dann kann dir das passieren, der blockiert und wenn der blockiert, dann läuft der hinten der Riemen heiß, weil der Häcksler funktioniert über einen Riemenantrieb und nicht irgendwie, wie bei einem Neuermetrische, über zusätzliche Elektromotoren oder Hydraulikmotoren, sondern der funktioniert über Riemenantrieb, ja und wenn der heiß läuft, kann er wie gesagt brennen, dafür sind dann Kontrolllampen und immer wenn irgendwas ist, geht die Kontrolllampe an und gleichzeitig die Hupe, Hubdauer. Das ist quasi ein akustisches und ein optisches Warnsignal, damit du auch wirklich schnallst, uh, jetzt ist was verkehrt, das passt jetzt oben hier. Ja, dann haben wir hier oben drauf, das bin ich ja schon oft gefragt worden, was das eigentlich auf dem IHC ist, der Kasten, ob das GPS ist oder was auch immer. Ja, GPS haben wir natürlich nicht auf die Maschine, ja, die sind ja alle nicht neu, sind ja alles ältere Geräte, was wir aber haben auf dem IHC, ist immer so ein weißer Kasten und der ist aktuell nicht auf dem IHC, sondern der ist jetzt auf dem Mähdrescher drauf und dieser Kasten hängt jetzt da. So, und dann wird man gefragt, wofür ist denn das Ding? Ja, ganz einfach, das Ding, das ist ein Eichmäde oder eine Hektarzähle, kostet das so, der ist auf dem Mähdrescher drauf, ich testen meinen Vordermarkfrucht, warum und wieso und weshalb, das Ding ist auf dem Mähdrescher drauf, wenn du früher im Lohn getroschen hast, dann hast du den Hektarzähler drauf gemacht, dann stellst du hier unten den Eichwert ein, der ist jetzt beim Mähdrescher 222, beim IHC ist er 456, glaube ich, oder sowas ähnliches, der ist hinten auf der Rückseite drauf, das ist einmal rausgesucht worden, in der Anleitung, so, und das hier drüben, die Breite, das ist quasi die Arbeitsbreite vom Schneidisch, das sind in Zentimeter, glaube ich, hat er gesagt, nee, in Meter, 2,8 Meter, sozusagen, 2,85 Meter kannst du nicht machen, könntest 2,90 Meter oder 2,80 Meter machen, 2,80 Meter, so, und das Ding kannst du dann einfach hier einschalten, geht jetzt nicht, weil die Batterie hinten abgesteckt ist, Sicherheitsvorkehrung, dass das Ding jetzt nicht eine versehentlich anlässt, ohne Riema ist das nämlich schlecht, die, die jetzt fehlen, die sind wichtig, und wenn du den jetzt einschaltest, dann sind eigentlich auch Riema kaputt, und nicht nur eine, ja, auf jeden Fall schaltest du das Ding dann an, der ist hinten auf dem Rad drauf, und mit jeder Radumdrehung, zählt der dir dann, quasi, die Entfernung, wie du gemacht hast, und rechnet er dann deine Flächen durch, wie genau das in dem Gerät funktioniert, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, habe ich mich noch nie, noch nie damit auseinandergesetzt, auf jeden Fall zählt er das, und zeigt er oben im Display dann zum Beispiel an, 0,01, 0,02, 0,03, und das geht halt immer so weiter, Sinn und Zweck dahinter ist, wie gesagt, der Hektarzähler, ähm, wenn du mit dem Drescher bei jemandem auf Lohn trischt, und da hat er gesagt, da hat er einiger Kandidaten gehabt, die haben dann gesagt, nur mal viel, das ist 1,1 Hektar groß, dann hat er einen Hektarzähler drauf gehabt, dann hat er gedroschen, und dann hat er festgestellt, nicht 1,1, sondern 1,5, oder 1,6, und den brauchst du dann, um dein Satz zu verrechnen, damit du sagen kannst, so, ich kriege jetzt von dir das und das Geld, kannst du dir schlecht hergehen, kannst du sagen, ich rechne jetzt noch Korn-Tank ab, oder ich rechne jetzt noch die Mengen ab, die ich dir gedroschen habe, du musst ja auch Flächen, zum Beispiel wissen, du musst noch Flächen abrechnen, und das funktioniert mit dem Ding, ist wie gesagt, der Eichgerät, der gibt dir das dann alles an, der sagt dir dann, wie groß die Flächen ist, und daudernach, kriegst du dann Abrechner, und dann funktioniert das, ist natürlich auch ein ganz schönes Ding, hast du wenigstens auch eine Kontrolle drin, hart gesagt, also beim Nachbarn quasi, beim Feldnachbarn unten, hat er immer gedroschen, und da konnte es immer so danach gehen, wenn der da 0,3 gehabt hat, dann war der Korn-Tank voll, da musst du es nicht einmal hinten rein in den Tank gucken, sondern, du hast auf dem Ding da schon gesehen, da bei 0,3, dann ist der Tank da hinten gerabbelt voll, und dann passt das, das hat früher so funktioniert, ja, und wir haben es halt drauf, du siehst halt dann gleich, wie sind deine Flächen, was hast du da, passt so weit, ja, und weil ich gerade vor dem Riemer gerettet habe, weil ich ihn auch jetzt gerade gefunden habe, da liegt der, ähm, Tja, ich sag mal, das ist ja schon nicht schön, aber, wo ist denn die Stelle, ja klar, da war natürlich jetzt wieder fett, vom Abschmieren, von der Teufel, wo klar, dass ich mal, die Stelle, da ist doch fein, wo ist der Riemen hin, ich meine, mit der Stelle, hättest du nicht mehr viel machen brauchen, ne, wenn du dir die so anguckst, da fehlt die Hilfe vom Riemer, da ist, da ist nichts mehr drauf, ja, das sind halt so Dinge, die dann einmal kaputt gehen können, ist halt alles mit Riemenantrieb verbunden, da geht einmal was kaputt, und dann ist das einfach so, pssst, so, Häcksler hat er wie gesagt dran, das habe ich schon gesagt, der hängt hier, da unten ist die Häcksler-Trommel drin, da kennt man natürlich wieder null und gar nichts, so, da ist die Häcksler-Trommel, und da sieht man die Messer, hier und da, jo, das Stroh kommt dann hier hinten aus dem Kasten oben, fällt da runter genau auf den Häcksler drauf, der dreht mit hoher Drehzahl, häckselt das alles klar, und bläst es natürlich gleich hinten raus, jo, und da sieht man den Riemen, der zum Häcksler runter geht, und da sitzt ein Häcksler-Lager drin, und das dreht, wie gesagt, recht schnell, und, deswegen wird es gut gefettet, ja, und der läuft dann davor, und dann verfolgen wir noch einfach mal den Weg, der läuft dann hier rein, und da vor, ein ewig langer Riemen, so, und der geht dann bis hier vor, da geht er nämlich rauf, rum, runter, und wieder hinter, wie gesagt, das Ding, das ist Kilometer lang, und pff, es gibt euch einen halben Mähdrescher, der, wenn kaputt ist, jo, ist nicht ganz günstig, kaputt ist jetzt hier vorne einer, der ist für den Variator, ist der Fahrriemen, ohne den kommst du nicht weit, und wenn der reißt, jo, ist nicht so gesund, kann der unter Umständen dann, durch ihn auch ein bisschen was kaputt machen, von da her, wird der getauscht, dann ist hier zusätzlich ein Flachriemen drin, von Antrieb unten her, und, 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 eine Haufen Zeug, da ist ein Haufen Dreck, das ist zwar schon ausgeblasen worden, aber das ist immer noch ein bisschen Dreck, wie haben wir schon gesagt, heuer nach der Ernte, wurde er auf alle Fälle mal, richtig gründlich gewaschelt, der Drescher, dann wird er schön eingeölt, wenn er trocken ist, und dann wird er wieder eingewindet, bis zum nächsten Jahr, ja, aber, das Crewsagen kann sein sauber, der Motor ist gründlich ausgeblasen, halt die ganzen Stellen, wo es gefährlich ist, wo Brandgefahr besteht, wo du aufpassen musst, und das, was jetzt noch drinnen ist, das ist, Licht nebendron ein wenig, das ist aber nicht schlimm, das ist auch da vorne drauf, auf dem Schneidisch zum Beispiel, hast du noch ein bisschen was, aber, ja, das bläst du jetzt drunter, und dann mäßst du, oder trischt, fünf Meter im Füll drin, und dann hast du den Dreck da gleich wieder liegen, von daher, das ist blödsinn, das jetzt Picobello sauber zu machen, hat vor der Ernte, wie gesagt, überhaupt keinen Sinn, das Wichtigste ist halt, dass wirklich Motor zum Beispiel sauber ist, dass die Lager alle geputzt sind, dass an die Riemen oben nichts mehr hängt, dass einmal der ganze grobe Schmutz runter ist, dass das Ding sauber ist, und dann, kurz da loslegen, so steht er jetzt hier unten, das muss auf jeden Fall noch ein wenig was dran zu machen, der muss noch fertig gemacht werden, Riemen noch rein, und dann ist er einsatzbereit, der Plan schaut jetzt aktuell wie folgt aus, um den Dreschereinsatz klar machen, und am Donnerstag haben sie bis zu 40 Grad gemeldet, nach Regen schaut es aktuell nicht aus, zuletzt hat es geregnet am Sonntag, wenn es nicht regnet, wenn es wirklich so warm wird, dann heißt es am Donnerstag Drescher, so zumindest aktuell der Plan, Planer soll mehr ja nichts, aber schauen wir mal, und dann werden wir es sehen, ja, so Leute, jetzt haben wir Mittwochabend, die neuen Riemen sind im Drescher drin, und, ja, der Drescher ist ja in Aktion, es wird außen am Rand einmal entlang gedroschen, ähm, so schaut es jetzt aus, ja, warum ist es nicht bis ganz hinaus gedroschen, äh, außen rum läuft jetzt erst einmal der Häcksler, und, ja, ich meine, was erwartet man jetzt von dem Häcksler, ne, der ist nicht neu, das ist kein Moderner, das ist ein alter Mähdrescher, der schaut es halt so aus nach dem Häckseln, sind auch nur zwei Messereien drin, ist aber so, auf jeden Fall, warum ist es jetzt so gedroschen, dass da noch so ein Streifen steht, ist doch Blödsinn, warum fängt man nicht außen an, nein, das ist es nicht, hat er vorher vorhin gesagt, ähm, man trischt normalerweise so, dass außen ein bisschen ein Rand stehen bleibt, der Sinn und Zweck dahinter ist, wenn der Häcksler arbeitet, der schmeißt es nicht bis raus auf den Weg, und wenn man später den Rand trischt, dann hat man nicht so viel Material, was einem dann innen, auf die Straße rausfliegt, so, schaut es aus, ja, auf jeden Fall, da unten, phänometrische jetzt, wo die Riesenstaubwolke ist, ja, aktuell haben wir immer noch 34 Grad, schön heiß, schön warm, bei dem Staub, man schwitzt wie ein Ochs, und dann hat man Staub überall, ja, man wird immer wieder unterbrochen, immer wieder was Neues, Zuschauer, und, 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 ja, ist immer ein Spektakel, wenn hier draußen ein Metrischer unterwegs ist, Borkach ist halt, mittlerweile nicht mehr wie früher, Landwirtschaft, wo Sül betrieben wird, sondern, ja, Hauptzugras da, und, da ist er, Riesenstaubwolke Häcksler aktiv, der tut was, und schön zu sehen da unten, ein altes Auto, quasi der Nachbar, interessant, interessant, was hier immer so vor sich geht bei uns, und, bis jetzt bei uns. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, da liegen ein paar drin und ein paar wirklich ganz kleine Körnchen, wo der Weizen einfach nicht so weit aufgegangen ist. Aber ansonsten, Ausfallgetreide technisch passt. Ja, Austrusch, wir haben ja gestern dann den ersten Korntank entleert. Der ist ja auf dem Kipper drauf und ich kann euch mal zeigen, wie das jetzt ausschaut. Da haben wir das Getreide. Dann war es. Ja, sind ein wenig kleiner, die könnten natürlich deutlich größer sein, ist klar. Also vorher gesagt, ich habe da auch schon Weizen gehabt. Den hat er gedroschen. Der ist als Backweizen durchgegangen, obwohl er gar keine war. Der war natürlich keine deutlich größer. Ja, wo ist der oder was? Keine Ahnung. Brauweizen wahrscheinlich eher nicht, das wird eher Futterweizen werden. Aber gut, ja, Reinigungsleistung. Man sieht schon, ein paar Späzen sind immer noch drin. Das lässt sich nicht ganz vermeiden, das ist einfach so. Da dafür putzt dann ja die... Da dafür putzt dann quasi der Getreidehändler noch einmal. So schaut es auf jeden Fall aus. Man sieht schon, da sind so grüne Bobberler drin. Das ist ein wenig Glätte. Das da. Und Mohn haben wir natürlich auch dabei. Wenn man einen sucht, findet man kann. Da war gestern einer dabei. Ja, also wie gesagt, so im Großen und Ganzen. Schauen wir mal, wie der Ertrag wird. Ob es was wird. Und wie es klappt. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir schon. So war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Das gibt jetzt natürlich nicht den Megaertrag. Muss man ganz klar dazu sagen. Aber wir jetzt nicht erwarten, dass das wunderbar so viel Riesenmenge ist. Aber für das, dass wir ja an dem Feld unten nichts weiter gemacht haben. Das steht einfach bloß dort. Das ist gesehen worden. Und dann wächst halt das Ganze ja auch. Und dann ist nichts gespritzt. Das ist nichts gedüngt weiter. Außer halt mit meinem Festmiss, den ich draufgefahren habe. Und für das finde ich steht er eigentlich schon ganz gut da. Endresümee können wir eigentlich erst bringen, wenn dann die Ernte drinnen ist. Wenn wir alles abgedroschen haben, wenn das Feld dann sauber weg ist. Dann müssen wir das Resümee. Dann können wir sagen, okay, hätte besser sein können. Oder naja, passt schon. Aber das sieht man schon. Gut, jetzt warten wir mal, bis es losgeht. Und ja, dann schauen wir mal. So, jetzt hat das Dreschen begonnen. Wir haben es jetzt kurz nach drei. Und der Vorderer hat entschieden, ja, es ist zwar warm, aber es wird ja doch nicht kälter. Und bis abends war das irgendwie auch ein Krampf. Ja, er hat jetzt angefangen und da seht ihr. Eine sengende Hitze. Dreschen im Stehen. Sonst hältst du das da drauf nicht aus. Lenkrad nach vorne gekippt. Und dann im Stehendreschen anders. Bei dem Staub und bei der Hitze krepierst du sonst. Wirklich wahr. Ja, brühwarm. Ja, und ich habe den Kipper rausgefahren. Der steht oben vor der Halle im Schatten. Unten dran. Und habe den IHC dann trotzdem genommen. Und ja. Klingt bescheuert, aber ist es so. Ich habe ihn angespannt. Da weiß ich, ich habe im Notfall was. Und wenn ich ihn nicht brauche. Auch nicht schlimm. Räume ich wieder auf. Passt. Sind zehn Minuten mehr Arbeit. Aber ich weiß, was ich habe. Ich habe einen Schlepper da stehen, der im Notfall da ist. Ich habe Wasser da stehen. Ich habe Löscher da stehen. Handy ist eingepackt. Handy ist geladen. Hoffen wir, dass die Ernte 2019 erfolgreich wird. Ja, wie gesagt. Man hört dieses Jahr so viel. Und das ist hier in der Umgebung auch schon ein paar Mal wieder passiert. Und ja. Die Großeltern, die Urgroßeltern. Alle haben so irgendwann einmal Getreide heimgefahren. So viele Generationen machen das jetzt schon. Und es ist jahrzehntelang nichts passiert. Toi, 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 wie gesagt. Aber die Garantie habe ich nie. Und darum besser so. Tja. Wie gesagt. Sicher ist sicher. Man weiß nie. Und nach letztem Jahr bin ich vorsichtiger geworden. Lieber mache ich mal ein wenig mehr Aufwand. Und bringe eine sichere Ernte rein. Als dass ich nichts mache. Und mir brennt danach noch was ab. Ich sprich es ungern aus. Weil ich es eigentlich vergessen möchte. Aber ich habe es miterlebt. Ganz alleine hier unten auf dem Feld. Ganz allein. Und ich vergesse das nicht mehr einfach. Scheiß-Distel. Ui, 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 ui. Da kämpft der Häcksler. Scheiß-Grünzeug. Mistigen Disseln. Ja. Wie gesagt. Nach der Ernte wird er mal mit dem Schellpflug gearbeitet. Das lasse ich mir nicht bieten. Das lasse ich mir dann nicht länger. So ein Schweinkraum. Wie ein Scheiß-Drick. Wie ein Scheiß-Drick. Ja. Eieiei. Ja, und letztens stand noch in der Zeitung, was für schöne Blumen doch die Disteln sind und wie toll die doch für die Bienen sind. Ganz toll, wirklich, ganz toll. Scheißdinger, ich hasse sie. Da könnten die für Hummeln und Bienen sonst was sein, ey, ich hasse sie. Kann ich nicht mehr sehen, ey. Pui. Also wenn Mohn da drin wächst oder Lagerblumen, kein Problem, ne. Aber Disteln, der größte Scheißdruck überhaupt. Pui, 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 pui. Jaja, so ist das halt. Mal gucken, ob wir sie mit Schälen dann bekämpft kriegen. Einmal. Vielen Dank. Was Blödes hier, bei der Hitze, vor dem Mähdrescherlaufen und filmen, da zieht es mich gerade gar nicht hin, wie die Staubwolke gesehen hat. So wie ich schwitze, da schaust es danach aus wie Sau. Ich kann mir vorstellen, wie mein Vater gerade wieder ausschaut. Tja, das ist der große Nachteil. Klimatisierte Kabine, Fehlanzeige. Kühlschrank, Fehlanzeige. Lüftung, Fahrtwind, Fehlanzeige. Staubschutz, kennt man nicht. Ja, da weißt du abends, was du getan hast. Das Dreschen ist eigentlich eine der beschissensten Arbeiten überhaupt. Heu ist lange nicht so dreckig. Aber ist gar nichts. Der erste Kontank war voll. Drescher entladen. Und da geht es schon wieder los. Ab dafür, die nächsten Bahnen. Da geht was. Die Disteln. Wahnsinn. Ja, jetzt werden wahrscheinlich einige Leute kommen und werden sagen, ja jetzt halt deiner Disteln kaputt gespritzt. So. Hinterher schimpfen ist doch schöner. Außerdem die Landwirte brauchen da was zum Jammern, ne? Oder nicht? Ja, wie gesagt, sorry, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Ähm, ich besuche natürlich trotzdem zu viel. Ja, später werde ich wahrscheinlich auch einmal auf dem Drescher mitfahren. Und die haben wir von meinem Pfarrer zeigen lassen, wie das funktioniert. Und eigentlich halt auch gemein, ich könnte ruhig auch einmal dreschen. Weil Weizen ist eigentlich ein schönes Anfängergetreide. Ähm, macht nicht so viel Sauerei. Juckt nicht so extrem. Und ist eigentlich noch recht schön, weil Hafe ist da schon wieder... Tja, hab ich einen Sticht, ne? Hab ich einen Sticht. Aber gut. Irgendwann ist immer mehr das erste Mal. Und vielleicht habe ich ja wirklich die Chance, dass ich mal dreschen kann. So schaut es jetzt auf alle Fälle aus. Da sieht man schon diese Distelinsel, die da drinnen war. Ja, da ist er, der Drescher. Und hinterlässt eine Staubwolke. Ja, das sind alles Distel. Irgendwas für Dinge. Ui, ui, ui. Tja, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe die Stengel jetzt ganz schön, ich kann mit einem Ampferstecher runtergehen und alle Stengel ausziehen. Das ist eine Arbeit, vor allem bei der Wärme. Die zweite Alternative, ich nehme mal einen Schellpflug und gehe mit dem drüber. Ich schätze aber Möglichkeit 1 und Möglichkeit 2, wenn alle zwei nicht in Betracht fallen. Weil der Boden ist so trocken. Den Pflug werde ich nicht reinbringen und die Wurzeln werde ich nicht mit rausbringen. Tja, naja, man muss schauen. Äh, irgendwas ist immer. Tja, den Häcksler sieht man mal in Aktion. Was heißt denn Aktion? Er schmeißt es natürlich nicht so breit und so sauber breit. Ist ganz klar, muss man auch dazu sagen. Das ist ein alter Mähdrescher aus den 70er Jahren. Der Häcksler ist nachgerüst, soweit ich weiß. Der war gar nicht dran. Und der funktioniert halt noch mit Blechle innen her, die sie ein bisschen breit schmeißen, was hinten rauskommt. Und der moderne Häcksler, die haben ja dann so richtige Streutel unten drauf und die hauen das ja dann in Bräden rein. Na gut, wo man natürlich auch dazu sagen muss, wenn du Glaslexion oder ein Grusenschontier mit 10 oder 12 Meter Schneidisch hast und du hättest bloß die Streubreiten wie bei uns da, die knappen 3 Meter, ja, könnte es natürlich ein wenig ein Problem geben, weil das gibt dann Bericht dann. Aber für die damalige Technik, sagen wir mal so, funktioniert es doch ganz gut. Es ist einigermaßen gehäckselt. Es ist auch eine schöne Menge Stroh da. Das kann man nicht einmal so sagen. Also es ist schon. Und Haferstroh ist eigentlich, Weizenstroh ist eigentlich ganz gut. Weil das juckt nicht so, beißt nicht so. Aber gut, hier wohnt halt ein Haufen Distel. Unschön. 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 und für die kleinen arbeitsbreiten natürlich schon ganz schöner schneisen wenn sie ins feld reinkaut. das geht schon. so ein metrisches ist ein schöner unblick. hat schon was. ist halt eine maschine die wirklich bloß einmal pro jahr rauskommt. mehr macht die nicht. das gerät steht halt wirklich bloß rum und dann wird es einmal im jahr gebraucht um die ernte um die man sich das ganze jahr gekümmert hat für die man so viele vorbereitungen gemacht hat damit die eingebracht werden kann. und sobald gedroschen ist steht das ding wieder und früstet wieder sein dasein als stehendes gut. so und das wird auch bei euch das. nun muss er mal stehen bleiben bis der häxler wieder verarbeitet hat. tja die disteln das ist halt nicht schön. hinten links am osch vom drescher sieht man so schön wo der häxler das strudern hier hau. das gehäxel da. und es langt genau für die breiten vom schneitisch. aber ganz genau. passt optimal. naja manchmal ist es sogar nicht mehr. alter technik im einsatz. alter technik im einsatz. alter technik im einsatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020